Wenn die Sonne außer Kontrolle gerät, naht unser aller Ende und es wird dunkel. Dann sind drei Clowns die letzte Hoffnung der Menschheit. Oh mein Gott, wir sind im Arsch! Was soll das sein? Ich bin gefangen in einer Box und schreie! Die andere Hand macht es nicht besser. Die ganze Welt ist dunkel geworden. Irgendetwas Großes geht hier vor sich. Und wenn ich richtig liege, ist es größer als wir alle. Sie und ich haben eine Vergangenheit und eine Zukunft, wie es aussieht. Wow, was zum Teufel soll das werden? Ich dachte, dass das unser Moment wäre. Die Welt hat die Clownerei satt. Die Leute mögen jetzt TikTok-Tänze und Livestream-Handshops im Dark Whip. Aber all das funktioniert jetzt nicht mehr. Alles ist ausgestorben, außer uns. Die Welt gehört jetzt uns. Wir griffen deine Truppe. Clown-Pedo. Versteht ihr? Ein Torpedo aus Clowns. Das ist unsere Chance, um die Frau zurückzugewinnen, die ich liebe. Sollte ich es nicht lebend rausschaffen, sagt allen, dass ich würdevoll gestorben bin. Wir sollen für dich lügen. Nein. Sagt einfach, dass ich Hosen anhatte. Lachen ist die einzig vernünftige Antwort auf eine sinnlose Existenz. Alle träumen davon zu sterben, während sie das tun, was sie lieben. Nein! Nein! Wir machen ein letztes Mal den Clown. Untertitelung des ZDF, 2020